hallo wir möchten bitte einen tisch für drei hier sind die speisekarte ich komme ein paar minuten rein was nimmst du laura ich glaube ich muss gut was sie möchten ich will spät sie ich will nehmen und zu essen ich will die sushi probieren ich will die brotwurst mit späzle probieren ich will auch sushi das ist mein lieblings essen nehmen wir eine bohrspeise ich mag falafel können wir die nachos nehmen zum nachos oder falafel ich will falafel möchten sie etwas trinken ich möchte spätsel bitte ich nehme eine schnudewaffe ich nehme auch ein was in ordnung sie essen ich nehme die brotwurst mit spätseln wir beide nehmen die sushi und wir möchten bitte eine rohspeise wer steht die rohspeise nachos nein wir nehmen falafel was ist los ich habe nachos bestellt aber laura hat falafel bestellt ich habe falafel gesagt und dann du sagst nachos nach ich falafel gesagt du arschgeige entschuldigung aber ich muss den fragen ich belassen entschuldigung wer hat für deinen sinn dazu geben gefragt laura nein ich bin ich bin hergekommen gute zeit zu haben aber ich fühle mich jetzt so engreben kippen hey hier ist dom mit dem bonnestruck mama es tut mir leid mit äh h wis äh im w w w w w w w w Vielen Dank.